Also diese Konferenz hat viele wichtige Botschaften vermittelt, aber ich möchte nur zwei wichtigsten nennen. Die erste Botschaft ist, dass ohne unmittelbare Beteiligung der Bürger kein Vereinigter Europa entstehen kann. Das Gebäude von Europa wird in Brüssel gebaut, aber das Leben diesem Gebäude können nur die Bürger geben. Die zweite Botschaft ist, dass das neue Wissen ungeheuer wichtig ist, besonders heute, wo das Leben so schnell läuft und wo wir uns alle in einer Umwandlung der Kulturen befinden. Also wenn wir aufhören zu lernen, ist die Diskrepanz zwischen uns und dem Leben immer größer. Das erzeugt eine Spannung in uns und wir leiden wegen der Spannung. Wenn wir nicht leiden möchten, möchten wir laufend lernen. Jung und alt, alle müssen laufend lernen.